Sie sagen, Sie hätten wegen des Krieges alle Hände voll zu tun. Aber was bringt es, einen Krieg zu gewinnen, wenn wir immer noch von einem aus unserer Mitte terrorisiert werden? Was? Und was steht da? Wunfährt. Um ihn ranken sich schon seit Jahren Gerüchte, soweit ich zurückdenken kann, um genau zu sein. Er ist ein gefährlicher Mann, deshalb nennt man ihn auch den Unlebendigen. Ich würde ihn nicht direkt konfrontieren. Diese Informationen müssen direkt zum Vogt. Er wird euch zuhören. Seid auf der Hut. Der... Es werden immer wieder Frauen ermordet. Und doch kümmern sich die Wachen nur um den Krieg. Die Sturmmäntel sind... Das ist eine ernste Anschuldigung. Ich nehme an, ihr habt auch... Ich kann es nicht glauben. Wunfährt. Es schmerzt mich feststellen zu müssen, dass an den Gerüchten etwas Wahres dran war. Wunfährt wird festgenommen. Die Straßen von Windhelm sind nun wieder sicher. Die Straßen von Windhelm sind nun wieder sicher. Die Straßen von Windhelm sind nun wieder sicher. Die Straßen von Windhelm sind einer sich geschickt. Ich liebe es, wenn es nicht bei jemanden ist. Ich stehe auf eurer Seite! Was macht ihr? Genug! Mögen die Göttlichen euch segen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, zittern. Besuch! Die göttlichen... Ach ja, Adonatos neues Werk. Kürzer als erwartet, aber Worte müssen nach ihrem Wert beurteilt werden, nicht nach ihrer Länge. Ich werde mir das später ansehen. Warum nehmt ihr nicht das hier für eure Mühen? Wenn ihr einen Abschluss habt, ich spiele mit dem Gedanken der Armee. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Nicht in letzter Zeit. Die Geschäfte gingen eher schleppend voran. Es ist in letzter Zeit einfacher geworden. Die Schwarzblut-Räuber wurden seit dem Angriff... Ein bisschen wärmenden Wein, Ildi? Ja. Ja. Ähm... Geht weiter, Freund. Ich habe heute nichts zu verkaufen. Geht weiter, Freund. Geht weiter, Freund. Ich habe heute nichts. Natürlich ist die Arbeit bei Bolfrieder nicht meine erste Wahl. Mit harter Arbeit gewinnen wir am ehesten den Respekt. Kommt zum... Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Was braucht ihr? Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, nach Morovin zu gehen. Aber vor dem... Ich bin sicher, dass er ein Talmor ist. Er wartet nur darauf, dass... Ich bin sicher, dass er ein Talmor ist. Aber er ist für den Manferen. Aber ich bin sicher. Ich bin sicher, aber noch nicht. Aber ich bin sicher, dass ich mich nicht dazu verstrüge. Aber ich kann Nowadays, wie ich mich nicht überwarten. Ich bin sicher. Und das Problem ist. Ich bin sicher, dass ich teilweise nicht überwarten. Ich bin sicher, es ist Aber ich bin sicher, wenn es nicht mehr so ist. Ich bin sicher, dasselbe von einem nach Margaret ist. Ich habe einst Se... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segeln. Was braucht ihr? Das sind... wunderbare Neuigkeiten. Ich danke euch. Hier. Ich habe den Talmoor über die Jahre viel gestohlen. Ihr könnt gerne etwas davon haben. Ich bin nicht zu stolz dazu, zuzugeben, dass ich manchmal auch ein bisschen Hilfe brauche. Passt auf, dass euch nichts an der Gauhaut in die Schnauze hat. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Die Götter über die Götter über die Jahre viel gestohlen ist. Nord. Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden. Um sich in einen zu verwandeln. Das ist hoffentlich nur ein Märchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß, dass es hier schlimm aussieht, aber bitte werft es nicht der Gesellschaft vor. Traurig, nicht wahr? Seit diese Angriffe begonnen haben, können wir es nicht mehr unterhalten. Tja, Piraten? Sie greifen überall entlang der Küste an, von Hammerfell bis Fadenfell. Nur die Schildbrecher scheinen sicher zu sein. Eine sehr mächtige Familie in Windhelm. Sie betreiben ein Transportunternehmen und hätten den Hafen gerne für sich. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie irgendwie mit den Piraten zusammenarbeiteten. Nein, noch nicht. Aber vielleicht könnte eine unerschrockene Person wie ihr dabei helfen. Eine Dunkelelfe leitet ihre Operationen. Suvaris Atheron. Sie arbeitet extrem akribisch und zeichnet alle Transaktionen in einem Buch auf. Wenn es mir irgendwie in die Hände fiele, hätte ich nichts dagegen. Sie nennen sich selbst Bluthorter. Sie waren schon immer da, haben aber unsere Schiffe erst kürzlich ins Visier genommen. Ein übler Haufen. Wir verfügen nur über begrenzte Sicherheitskräfte. Wir kennen nicht einmal ihre Operationsbasis. Und der Angriff auf einzelne Schiffe löst das Problem nicht. Wir kennen uns. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Die Mord wissen uns nicht zu schätzen. Na und? Ich weiß sie auch nicht zu schätzen. Windhelm war hart zu meinem Volk. Aber unser Glück wird sich wenden und wir werden Obdach und Essen haben. Außerhalb unserer Heimat, der Schwarzmarsch, haben wir es nicht zu besonders viel gebracht. Ich fing an zu Zenithar, dem Gott des Wohlstands zu beten, damit er uns Glück bringe. Chavi stünde für immer in eurer Schuld. Oh ja, ich weiß, dass das Leben im Hafen kein Zuckerschlecken ist. Aber man kann sich aussuchen, ob man fröhlich oder grießgrämig ist. Und ich habe mich entschieden, das Beste aus meiner Lage zu machen. Benötigt ihr ein Boot? Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Abnehmen. Ich war noch nie ein großer Freund von Windhelm. Die Prämierende. Kotblak Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Denn gibt es einen besseren... mit dem Wasserfunk हIDen. Das war's für heute. 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 Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Was wollt ihr? Was seht ihr denn so an? Ob ich von denen gehört habe? Ich bin jetzt schon seit gut neun Jahren, ihr Kapitän! Was geht euch das an? Ja, der Krieg hält das Kaiserreich und die Einheimischen zu sehr in Atem, als dass sie sich noch Sorgen um uns machen würden. Halde nennt es unser goldenes Zeitalter. Was? Mit dem größten Vergnügen! Was? Das war's für heute fühle ich mich in Himmelsrand ein wenig beengt. Wir versammeln uns bei Japhets Torheit. Die Einfallspinsel in Windhelm halten sich davon in sicherer Entfernung. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meine Mannschaft versammeln. Wir sollten in Hammerfeld sein, bevor die anderen Hawker erfahren, wer ihr Geheimnis verraten hat. Ich arbeite in der Miene, ich will keinen Ärger. Nimm.